bis leute und zwar und zwar einmal ein kommentar und mein handy ist mir ja ich habe das bescheuert und so ich habe im letzten video das mit dem wasser da hat jemand geschrieben bist du der echte sascha buchert nein ist jetzt vielleicht da wenn man kopf weg ich bin nur ein buchert fan also spielvereinigung sascha buchert fan ja ich habe mich dazu genannt weil ich einfach ein fan von ihm bin und ich ihn einfach mag und ja und jetzt habe ich mich als budget 30 genannt kontakt nicht und war es gleich die roll ist aber ich bin im wett trinken gut also jetzt schon verlieren also entweder aber wenn es richtig viel kohlsäure ist dann bin ich richtig am arsch oh sorry sorry youtube spät bitte das video nicht das wort mit es ist mit das wort mit schwachen ab ich glaube das handy will die klatschen glaube ich nicht sehen ja guck mal sind sehen jetzt mach ich es mal weg das ist ein schluck ok was also einmal kurz zu nippeln ist viel konsol ja ich muss erst mal richtige schlucken nehmen dann weiß ich das eigentlich ok seid ihr bereit 3 hallo nicht schon oben ich mach einfach nur so unten am bauch 3 2 1 go gut stopp stopp Schieb! Kann es sein, dass deine Mutter dich nur mit Nuckelflaschen gegessen hat wie mit ihrer Brust? Genau schon. Bist du ab! Ich hab doch eh schon gewonnen. Ja? Ab verloren, Jungs. Ich kann auch nicht so viel Kohlensäure trinken, Digga. Ich auch nicht. Weil ohne Kohlensäure, dann hätte ich jetzt nicht so viel gestoppt, äh, gestoppt. Es ist so viel gestoppt. Weil im Wald viel Kohlensäure dabei ist. Mhm. Jedenfalls kann ich nicht mehr. Ähm. Kommt der aus? Ja, bei mir könnt ihr auch sehen. Oh mein Gott. Ich hab noch fast die Flasche. Kannst nicht. Bei ihm ist... Ja okay, du hast noch ein bisschen drin, das hast du jetzt leer getrunken. Ja, ey. Ja. Aber trotzdem, er hätte sie gewonnen, hätte ich weiter gemacht. Hätte auch noch leer getrunken. Jedenfalls war es mit dieser Challenge. Wir hoffen, wir sind heute noch gefahren. Schaltet ihr das nächste Mal auch wieder ein, wenn ich ein Video mache. Oder er ein Video macht. Oder wir beide ein Video machen. Oder ein Livestream. Oder piepapo. Ihr wisst Bescheid. Abonniert. Glocke ab... Glocke ab... Vielen Dank.